Hallo meine Lieben, man kommt raus und man ist von der Hitze regelrecht erschlagen. Also das war jetzt so der Unterschied, wo ich raus bin. Ich dachte nur so, oh mein Gott. Und es brennt und man sieht ja auch fast niemanden, weil bei der Hitze, glaube ich, geht keiner freiwillig raus. Außer man mag es, aber es ist schon heftig. Also wir haben, glaube ich, über 40 Grad und gefühlt ist da nochmal eine andere Hausnummer. Also Babys haben heute wieder keine Hüpfenszeit, gestern schon nicht, weil es einfach zu heiß war. Und heute kann ich das denen auch nicht antun. Die haben ja noch ihr Fellkleid an. Also das ist ja jenseits von Gut und Böse. Und ich habe mich heute in ein Sommerkleid geschmissen. Das ist von Shein. Habe ich euch in einem der vergangenen Shein Hauls gezeigt. Und ich wollte heute eigentlich einen Kuchen backen. Ich dachte eigentlich, ich backe einen Zitronenkuchen. Aber bei dieser Hitze werde ich den Backofen nicht anschmeißen. Das heizt ja dann nur noch zusätzlich auf. Also verschiebe ich das Kuchen backen. Ich hoffe, morgen kühlt es ab. Also es sind ja eigentlich Gewitter angesagt. Ich hoffe, es kommt tatsächlich. Aber sobald es abgekühlt ist, bahnt sich auch schon wieder die nächste Hitzewelle an. Nächste Woche. Also ich dachte, wir hätten diesen Song mal Glück. Also ich meine, hatten wir ja auch ein bisschen, dass es erst jetzt losgeht und nicht schon wie die Jahre davor im März durchgehend. Aber das jetzt ist schon heftig. Da ist es selbst anstrengend, die Augen aufzumachen. Also am liebsten, wenn wir die Augen zukneifen und zu machen. So, also ich habe mich jetzt heimgeschleppt. Ich konnte nur ganz langsam gehen bei diesen Temperaturen. Ich werde jetzt den Vlog schneiden für heute Abend. Und ja, den lustigsten Teil konnten wir leider nicht filmen, beziehungsweise da haben wir noch nicht gefilmt. Und dann meinte Louis, also das hättest du jetzt auch filmen können. Ich so, ja, hätte ich. Und dann haben wir dann am Ende noch die Kamera angemacht. Aber der lustige Teil war leider ohne Kamera. Aber falls ihr es verpasst habt, das ist dann für euch, wenn ihr das seht, der Vlog von gestern. Ich habe jetzt das Video geschnitten und ich glaube, ich werde die Serie nicht mehr zu Ende schauen oder weiter schauen. Ich bin ja erst bei der zweiten Folge, die ich euch quasi, ja, nicht direkt empfohlen habe, aber von der ich euch erzählt habe. Und zwar das Geheimnis vom Nil, weil das hat ja Untertitel. Und ich finde das irgendwie ziemlich nervig, die ganze Zeit die Untertitel lesen zu müssen. Man kann ja nicht mal nach rechts oder links schauen, weil dann ist der Untertitel schon wieder weg. Oh, was war das? Schaut das Lottchen an, die braucht schon wieder ein Kissen. Und die Emmy ist der Lotte ihr Kissen. Ach schade, jetzt hat er sich wieder zurecht gesetzt. Der Bruno lag nämlich eben auf dem Kissen und der Popo, der hing so ziemlich nach hinten runter. Und das hat nicht mehr viel gefehlt und er wäre hinten runtergerutscht. Bei mir gibt es heute zum Abendessen als Vorspeise wieder Himbeeren. Heute Abend gibt es Brot mit Butter und Spiegel, nee, Rührei und einmal mit Frischkäse und Basilikum und Ketchup und Ei. Ich glaube, ich hatte euch das Joghurt gezeigt. Patisserie Limettentart. Das ist, glaube ich, neu. Also zumindest habe ich das vorher noch nicht gesehen. Vielleicht ist das auch die Sommeredition. Und das ist ganz leicht stückig. Vielleicht sind, ah ja, seht ihr, da sind so die Keksstückchen oder der Kuchen als Stück mit drin. Ich werde jetzt mal probieren. Schmeckt sehr fruchtig und zitronig. Nur die Stückchen bräuchte ich jetzt nicht. Die sind aber auch nochmal so leicht zitronig. Also es sind so Teigstückchen und ganz weich. So, wir haben fast Mitternacht und die Babys essen jetzt zu Abend. Davor war es scheinbar zu heiß. Es ist immer noch heiß, aber ich habe jetzt aufgemacht zum Lüften. Es kommt zwar keine wirklich kalte Luft rein, aber auf jeden Fall sind jetzt alle am Essen. Davor wollte keiner großartig irgendwas essen, aber jetzt machen sie quasi ihren Mitternachtssnack. Und Holly spielt mit dem Ding. Es ist aber definitiv, also ich hoffe echt, dass es abkühlt. Ich weiß gar nicht, wie wir das die letzten Jahre ausgehalten haben im Sommer, als es seit März durchgehend so heiß war. Also mir hat es heute schon völlig gereicht. Ich habe Kopfschmerzen. Mir ist immer noch komplett heiß. Es ist auch immer noch heiß. Und ich warte auf die Abkühlung und den Regen und das Gewitter. Und irgendwie ist die Kamera total neblig. Naja, ist auch dunkel, ne? Aber Licht können wir nicht anmachen, sonst kommen die Mücken rein. Schreibt mir eure Lieblingsstelle vom Video gerne unten in einen Kommentar. Und wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Macht's gut und bleibt gesund. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.